Hallo, mein Name ist Christina-Maria Fercher und ich bin Sopranistin an der Staatsoperette Dresden. Der Zarewitsch Der Zarewitsch, also der Sohn des Zaren von Russland, soll für die Thronfolge und für die Ehe vorbereitet werden. Für Letzteres wird die Balletttänzerin Sonja an den Hof gebracht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schmieden die beiden ein Zweckbündnis, das mit der Zeit sogar zur Liebe wird. Aber wie das im Leben nun mal so ist, endet nicht jede Liebesgeschichte in einem Happy End. Einer wird kommen, der wird mich begehren. Einer wird kommen, dem soll ich gehören. Wird ich bei seinen Küssen erbeben. Wird ich der Liebe Wunder erleben. Einer wird kommen, dem wird ich gehören. Einer hat sich gehört. Untertitelung des ZDF, 2020